Du musst von ihm weg, das kann so nicht weitergehen. Das ist brillant! Naja, ich dachte, wir wollen beide in unserer Träume leben, also brauchen wir eine Art Hauptquartier. Ein modernes Wolkenkuckucksheim, ein Haus der Träumer! Maja, ich dachte, du machst jetzt endlich mal was. Du hast schon wieder einen blauen Fleck. Ja, wo soll ich denn hin? Ich will das nicht mehr. Was willst du nicht mehr? Ich will mich endlich selbst verteidigen können. Essen, schlafen, Pini. Essen, schlafen. Ich glaube, ich kann euch helfen. Anhalten, sofort! Los, bin ich! Wederliches Obdachlosenheim für Menschen, die nicht stark genug sind, für sich selbst zu sorgen? Hast du einen Traum? Ja. Ich will mich nicht mehr. Ich will mich nicht mehr schlafen! Ich will mich. Du hast du einen Traum?